Der Kunststoffhandel Rexin ist der Spezialist für Terrasse, Balkon und Carport. Das Portfolio umfasst neben zahlreichen eigenen Produktlinien namhafte Qualitätsmarken wie Plexiglas oder Makrolon. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, seit 50 Jahren am Markt und in dritter Generation in Familienbesitz. Rexin steht für innovative Ideen und moderne Produktlinien. Dank unserer Erfahrung im Überdachungsbereich haben wir moderne und traditionelle Materialien miteinander verbunden und den Ansprüchen unserer heutigen Kunden angepasst. 40 Mitarbeiter sorgen dafür, dass Kunden von der Ideenfindung über die technische Konzeption bis hin zur individuellen Anpassung alles aus einer Hand erhalten. Dies garantiert eine hohe Innovationskraft und Produkte, die den aktuellsten Stand in Technik und Design widerspiegeln. Wir bieten Ihnen eine große Produktpalette mit vielen verschiedenen Materialien und Designs. Hier in unserem Showroom haben wir alle verfügbaren Materialien ausgestellt. So bekommen Sie schon recht frühzeitig einen guten Eindruck von Ihrer neuen Überdachung. Sie können Materialien testen, auswählen und natürlich auch kombinieren. Qualität und persönliche Beratung sind uns wichtig. Das gesamte Beratungsteam steht Ihnen telefonisch, per E-Mail oder bei einem Besuch unserer Ausstellung hilfreich zur Seite. Wir freuen uns, Ihr Projekt gemeinsam zu verwirklichen. Auf 12.000 Quadratmetern Betriebsgelände mit mehreren großen Hallen ist ein Großteil der Produkte dauerhaft lagervorätig. Dadurch entfallen lange Lieferzeiten. Wir Lageristen sorgen für die effiziente Lagerung unserer Produkte. Die große Auswahl verschiedener Farben, Maße und Materialien ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Unsere Produkte können individuell auf Ihre Wünsche angepasst werden. Wir setzen dazu modernste Bearbeitungstechnik ein. Dies garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität, die das Gütesiegel mit InGermany verdient. Kleinere Bestellungen werden fachmännisch verpackt und für den Speditionsversand vorbereitet. Umfangreichere Aufträge werden mit den hauseigenen Spezialfahrzeugen geliefert. Eigene Mitarbeiter übernehmen den sicheren Transport der Bausätze und Kunststoffe. Dadurch werden Bestellungen flexibel, schnell und materialschonend zum Kunden gebracht. Selbstverständlich melden wir uns frühzeitig und mit einem Terminfenster von nur zwei Stunden an. Schließlich haben Sie Besseres zu tun, als den ganzen Tag auf unsere Lieferung zu warten. Bei Rexin haben uns der umfassende Service und die Qualität überzeugt. Dank der tollen Aufbauvideos und der genauen Montageanleitung war auch der Aufbau der Terrassenüberdachung ruckzuck erledigt. Rexin hat die Anpassung ganz nach unseren Wünschen gemacht. Alles ist so individuell, wie wir uns das vorgestellt haben. Seitdem ist die Terrasse unser neuer Lieblingsplatz. Rexin ist Ihr Spezialist für Terrasse, Balkon und Carport. Besuchen Sie unseren Online-Shop unter rexin-shop.de oder unsere Ausstellungsräume in Bottrop. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.